So Ich brauche auf jeden Fall ein Schiff Und das ist wieder ein Bürgel geworden Gewollen Super Gut, das heißt wir können jetzt eigentlich wirklich Uns voll und ganz Spielstand gespeichert Expansionspläne konzentrieren Vielleicht schauen wir nochmal Einen frechen Blick da drauf Sieht noch alles Okay aus Okay Und in der Theorie Könnten wir da unten noch eine zweite Tabakding hinbauen So Genau Dann sollte das eigentlich relativ fix wegkommen Der Tabak da Und dann könnte ich da unten ja noch mehr Tabakplantagen bauen Spielstand gespeichert So was wir hier natürlich noch machen können Wir können hier noch ein paar Siedler hinbauen Die Frage ist ob ich das möchte Eigentlich möchte ich das nicht Aber wir machen es mal Kommt der Arzt dahin? Ja Tut er Dann machen wir das doch mal So Und dann würde ich da sagen Nee Nicht so Sondern so Ausgezeichnet Und das kann jetzt natürlich dazu beitragen Dass meine Lebensmittel kippen Und mein Alkohol Und mein Alkohol Wunderbar Und dann würde ich das nicht So, können wir hier oben nochmal gucken. Oder hier. Eins, zwei. Ja, eigentlich schon. Dann können wir hier hinten... Ja, da ist die Überlegung. Also eigentlich könnte man das so machen. Wir könnten hier noch ein paar Schafe hinbauen. So, einmal. Zweimal. Vielleicht sogar ein drittes Mal. So. Also hier auf jeden Fall einmal. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ah, dann bin ich an der Kante, genau. Deswegen muss es fünf sein. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Oder so. Dann wäre es da. Eins, zwei, drei. Drei, vier, fünf. Ne, das würde ihm nicht passen. Okay. Das heißt, da oben kämen nur zwei rein. Dann kann ich die auch so machen. Zack. Und zack. Und dann kann man daneben nämlich noch so einen Webstuhl setzen. Das heißt, die da hinten bleiben sie da. Das heißt, die da hinten könnten eigentlich weg. Na ja, gut. Lassen wir uns jetzt erst mal. Oh, wir können eine Schiffswerft bauen. Und dann bauen wir doch mal ein Schiff. So, 27 Knoten. Das wäre sogar schneller. Hat aber weniger Laderaum. Ich frage, jetzt brauche ich das gerade. Vor allem zum Besiegeln. Ich würde das mal bauen. Gesichert. Ausgezeichnet. Ui, da haben wir ja schon einen neuen Bürger. Apropos, die können wir auch mal ein bisschen aufwerten. Preislich. So, da sieht man, wenn man mal einen zweiten Tabakdinger hat, wie schnell der Spaß weggeht. Oh ja. Oh ja. Ich sehe schon. So, ihr kriegt keine Baumaterialien mehr. Wir müssen hier Schafe bauen. Das ist genau das, was ich gedacht habe. Die Stoffe gehen jetzt nämlich zur Neige. So, seht ihr hier. Die Stoffe werden gerade tierisch knapp. Die sind gerade unter dem Verkaufsgezuppel. Und Alkohol wird es mit Sicherheit auch bald. So, und dann muss ich mir überlegen, wo ich mich mit den Lebensmitteln weiter verbreite. Wähle ich ja da hinten i. Ich habe ja gerade eh so Wachstumsprobleme. Na gut, das könnte ich machen. Da, ja. Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Der kann weg. So, dann würde ich hier Schafe sagen. Einmal so. Und einmal so. Wunderbar. Und dann würde da ein Webstuhl... Ein neues Schiff ist vom Stapel gelaufen. Webstuhl reinkommen. So, also einmal du. Einmal du. Grenzt die einander? Ja, so fast ein bisschen. Genau. Das würde ja gut passen eigentlich. Ich glaube, beim anderen war es so ähnlich. Vielleicht nimmt es von dem ein bisschen das Feld weg. Einen. Nö, sieht gut aus. Ja, genau. Sieht gut aus. Dann würden wir das doch genauso da hinbauen. Sobald wir das passende Werkzeug haben. Dieses Schiff nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal, um uns Inseln anzuschauen. So, und wenn du auf dem Rückweg bist, dann lasse ich dich mal reparieren. Oh, ureinwohner. Oh, ureinwohner. Okay, wenn du eh gerade hier bist. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ähm, die hat mich nicht interessiert. Dann düsen wir mal da hin. So, Schneiderei. Da waren es ja drei. Ei, ei, ei. Drei für die Schneiderei. Bäm, so. Und so. Und so. Äh. Ich bin doch doof. Das wollte ich gar nicht. Ah, Mann. Also manchmal bin ich echt doof. Sorry. Sorry dafür. Aber das ist halt echt dämlich. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Okay, da ist Kakao. Den muss ich also besiedeln. So. So. Jetzt gibt es aber die Webstube. So, ei, ei, ei. Ich habe vorher noch Spaß gemacht mit dieser Schneiderei. Das geht mir jetzt voll auf den Zeiger. So, eins, zwei, drei. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Es gibt Eisenerz auf dieser Insel. Ihr seid auf eine Goldader gestoßen. So. 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 Dann schaffen wir das vielleicht mit den Stoffen, die noch ein bisschen zu retten. Tabak haut hin. Das ist nur 75 und 75. Ja, weil es jetzt zu wenig Tabak ist. Das heißt, wir müssten da unten noch ein bisschen Tabak hinhauen. Womit wir die Kosten halt wieder in die Höhe treiben. So, da würde ich jetzt ganz gerne erstmal warten, bis es sich wieder ein bisschen erholt hat. So. 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 Aber eigentlich... Ja, genau. Wie gesagt, eigentlich könnte man ihn theoretisch irgendwann mal wieder die Dinger gewähren. Das ist eine andere Insel. Manchmal sind so Inseln ja zusammenhängende Inseln. Hübsche Bogen übrigens. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Okay, da haben wir auch Kakao. Den müsste ich mir sichern. Dann düsen wir mal da hin. Die wollte ich ja mal reparieren bei Gelegenheit. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Eine Erzader wurde gefunden. Okay, so dramatisch ist das nicht. Ah, die sind auf dem Weg. Die pilgern zwischen ihren... Ich könnte eigentlich dieses Schiff einsetzen zwischen... Ihr habt ein eingeborenen Dorf entdeckt. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Das ist auch nicht so wichtig. Ich glaube ja nicht, dass die Kakao haben. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Das heißt, wir müssen wieder Krieg führen, worauf ich nicht so wirklich Lust habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich vorher halt mal die Insel besiedeln müssen. So, wo ist denn mein anderes Schiff eigentlich? So, geh mal bitte da hin. Ich will dich reparieren. So, du kannst dann da unten hin. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Wie kommt der bitte zum Kontor 3? Ach, wahrscheinlich über die Bevölkerungsanzahl. Ich wollte gerade sagen, wenn er so mickrige Dinge hat, aber... Wahrscheinlich ist es wirklich einfach Bevölkerung. So, wie schaut's hier aus? Juhu, es wird wieder. Wie schaut's mit dem Alkohol aus? Ja, der krebs jetzt so vor sich hin. Wie gesagt, ich würde es jetzt eigentlich ganz gerne erstmal so belassen. Theoretisch würde hier schon noch einer reinpassen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Die Insel hat reiche Eisenerzvorkommen. Ja, Schiffsreparatur beendet. Super. Dann kannst du wieder auf deine Tour gehen. So, ähm... Also, was wir halt theoretisch machen könnten. Wir könnten hier theoretisch schon noch sowas bauen. Dann würde das halt mit dem... Mit dem Ochsengespann hier nicht mehr hinkommen. Die müsste ich dann umziehen. Aber an und für sich müsste ich mich eh mal nach neuen... Ja, ich müsste... Ja, ja. Ja. So, und da ist jetzt die Frage. Wie komme ich nach da drüben? Okay, wie komme ich nach da drüben? Am besten ohne. Der sieht gut aus. Der sieht echt gut aus. Der kann nicht da hinten erweitern. Dann kann ich da oben noch ein paar Metzgereien ziehen. Das würde gehen.